Musik Mit einem direkten Beistoß Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich nochmal an Ein fantastischer Freistoß, direkt verwandelt Ein wirklich schöner Treffer Da aufmerksam, kommt Torwart Da war er noch dran Und es gibt Eckball Super Flanke Der Ball ist drin Super Timing per Kopf Jetzt ist er auf und davon Macht er das Tor Pedro Und das Tor Gibt's jetzt die Torchance Und er gibt Elfmeter Er macht das Tor Bisher ein unglaubliches Spiel Gang 1 von ihm Sensationelle erste Hälfte von ihm Schmiedebach Der Verteidiger stört ihn Schmiedebach Ah, da fällt das Tor Und dieses Tor in Unterzahl zeigt dort, dass die Moral in dieser Mannschaft intakt ist Ja, sie müssen aber natürlich mehr investieren, um ein Tor zu schießen und belohnen sich in dieser Situation Den Ausgleich haben sie sich wirklich verdient, ein richtig gutes und ausgeglichenes Spiel Ein toller Pass Rundum Sie ziehen hier ihren Vorteil aus der Überzahl Und das ist ja oft Und nun ein Schuss In Überzahl muss man manchmal Geduld beweisen Genau Da lässt man am besten den Gegner laufen Es gibt noch einen Elfmeter Unbeherrscht Naiv Übermotiviert Ich weiß Da ist er drin, der Elfer Da verursacht er einen Elfmeter Die gehen heute schon ziemlich hart rein Wieder eine Verwarnung Und dabei sind sie schon in Unterzahl Ja, da muss jetzt auch irgendwas vom Trainer draußen an der Seite Pfosten Und er schießt Ein unfassbares Tor Chaka Und Tor Aber der Lupfer war nicht gut genug Das ist aber auch schwer Da muss alles passen, wenn der reingehen soll Und die ganz starke Macht Das gibt eine gute Gelegenheit Schießt er ihn rein Tor, Tor, Tor Sie machen es doch noch So, natürlich kein Problem Er holt sich den Ball Schmiedebach Die Führung Und eigentlich ist das Spiel vorbei Was gibt der Uppartei schon noch drauf? Das könnte jetzt die Entscheidung sein Game over, Buschi? Könnte sein, könnte sein Aber noch sind sie nicht durch So, das muss es jetzt doch sein Das hier muss es sein Das können sie sich eigentlich Nicht mehr nehmen lassen Und da kann Und damit beendet der Schiedsrichter die Partie Und da kann man den Ball Und da kann man den Ball Das ist er Vielen Dank.